Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Sportpark in Freiburg. Wir können starten. Ich bin die Nadine und wir brauchen heute eine Langhandel mit viel Gewicht. Das heißt, ich habe jetzt als Beispiel pro Seite 7,5 Kilo und du brauchst noch ein Pärchen Kurzhandel. In meinem Fall sind es hier Scheibchen von jeweils 5 Kilo Stärke. Gut, wir werden ein nettes Zirkelprogramm miteinander machen. Dauert eine gute halbe Stunde. Ich hoffe, wir werden schwitzen und Spaß haben. Aber bevor alles startet, lass uns loslegen mit einem kleinen Warm-up. So, stell dich bitte hin. Öffne deine Beine, halte deine Knie leicht gebeugt. Mach dich groß, mach dich lang. So, wir aktivieren die Armmuskeln. Mach mal feste Fäuste und dann hoffentlich kriegt unser DJ ein bisschen Musik. Okay, es geht los. So, Schulterkreise, komm. Zieh mal bis an die Ohrläppchen. Lächel dabei. Jawohl, groß, komm. Super, noch vier, drei, zwei, die langen Arme. Komm nach oben. Spreize jetzt deine Finger und nimm die Beine locker mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei uns ist es bockkalt. Noch vier, drei, öffne seitlich jetzt. Und schließe. Öffne, schließe. Schulter unten lassen. Atme. Ein, aus. Ein, aus. Die ganze Rirbelsäule involvieren. Nochmal, die vier. Drei, zwei, Hände auf die Oberschenkel. Rücken. Rund. Lang. Rund. Gott. Nimm mal den Kopf mit. Gott. So, wir gehen wieder nach oben. Tipp deine Hüfte an. Die Füße, die Beine fest. Und du drehst dich jetzt in der Taille weit ein. Auch hier nochmal. Die vier, drei. Zieh dich in die Länge nach oben. Gott. Jawohl. Mach dich groß, mach dich lang. Ferse geht mit. Hopp, hopp, hopp. Mach den Popo knackig. Beide Arme. Jetzt. Lang. Langer Rücken. Yes. Noch vier. Drei. Zwei. Ferse an den Po. Gott. Zieh mal die Arme ordentlich mit. Ellenbogen bleiben dabei eng. Hopp, hopp. Bist du hier noch fest? Super. Kleine Jumps. Hopp. Dö, 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 dö. Komm, das wird dein Workout. Vier. Drei. Hol deine Knie. Komm, Knie. Ellenbogen diagonal. Und dreh dich mit. Hopp, hopp, hopp. Gut. Mit kleinen Jumps. Jetzt. Dreh dich nochmal. Komm. Brustkorb. Vier. Drei. Zwei. Schließ die Beine. Arme gehen mit. Von oben. Zieh. Zieh. Jawohl. Komm, ein bisschen höher. Auch hier nochmal. Vier. Drei. Jogging. Knie hoch. Gott. Komm, Knie hoch. Knie hoch. Bleib leicht nach vorne gebeugt. Vier. Drei. Ferse. Hinten hoch. Jawohl. Komm, schmeiß die Ferse hoch. Gut. So, wir gehen ins Finale. Gib mir den Jumping Check. Jetzt. Gut. Ferse nicht belasten. Dafür darfst du den Beckenboden aktivieren. Pipi halten. Vier. Drei. Zwei. Wir marschieren. Jetzt. Gott. Super. So, wie geht's dir? Alles gut? Okay, wir starten mit Rücken. Heißt, nimm die Langhantel von hinten weit. Okay, ich zeig dir deine erste Übung. Zweite Übung brauchen wir dann die Kurzhandel. Okay? Also, weiter Griff. Schulter nach hinten unten. Bauchnabel nach innen. Und gib mir so einen Enten-Po. Knie leicht gebeugt. Oberkörper tief. Und wieder hoch. Oberkörper tief. Die Beine bewegen sich nicht. Tief. Lass die Ellenbogen minimal gebeugt. Gut. So, wir bleiben unten. Zieh mal zum Bauchnabel. Sieben. Sechs. Fünf. Ellenbogen eng in den Rücken. Drei. Zwei. Und komm wieder nach oben. Das Ganze mach nochmal. Sieben. Sechs. Fünf. Komm, Ellenbogen eng in den Rücken. Lass den Enten-Po sichtbar. Achtung nach oben. Komm, nochmal. Du kannst es. Sieben. Sechs. Fünf. Schwanenhals. Nimm die Schulter mit. Letztes Mal. Und nach oben. Gehäuse heben. Singen. Acht. Sieben. Sechs. Leicht gebeugt im Knie. Noch vier. Wuhu. Okay, zweite Runde. Bleib unten. Zieh zum Bauchnabel jetzt. Wir rudern. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wieder nach oben. Und noch mal. Wir gehen tief. Sieben. Leicht gebeugt im Knie. Juhu. Drei. Zwei. Und wieder nach oben. Komm, nochmal, nochmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Dann hast du es, dann hast du es. So, komm hoch. Kreuzheben, Single-Finale. Acht. Sieben. Komm, jetzt will ich, dass du mitzählst. Juhu. Vier noch. Gib alles. Drei. Zwei. Mega. Setze langsam ab. Juhu. Juhu. Wir holen die Hanteln. Okay. Mach dich bereit. Seite heben mit Knie bein. Seite heben mit Kniebeuge bei. Seite heben. So, wir gehen einmal nach rechts, einmal nach links. Jawohl. Tief. Einatmen. Einatmen. Aus. 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 Wichtig ist, mach diese Übung bitte aufrecht. Ja, aufrecht. Nochmal. Wie viel machst du freiwillig? Acht? Super Entscheidung. Sieben. Sechs. Fünf. Po lege vier. Komm, tiefer, tiefer. Drei. Zwei. Was haben wir denn für Musik? Sind wir im Dschungel oder was? So. Wieder ablegen. Okay. Übung eins. Hol die Hantel. Greif von hinten. Lass die Schulter hinten unten. Knie gebeugt. Kreuz heben. Single. Ab jetzt. Komm. Dreh mal die Musik auf. Weißt du, was wir jetzt machen können? Nein. Wuhu. Und. Acht. Sieben. Sechs. Auf geht's, Community. Vier. Enden Popo. So, bleib unten. Wir budern. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wir gehen nur nach oben. Nochmal. Drei. Drei. Und komm nach oben. Letzter Durchgang. Tief. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Komm nach oben. Komm nach oben. Kreuz heben. Atme. Aus. Ein. Aus. Ein. So. Letzter Durchgang. Bleib unten. Ab jetzt. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Bleib eng an den Oberschenkeln. Komm nach oben. Nochmal. Komm. Sieben. Sechs. Jetzt heißt durchhalten. Und dranbleiben. Drei. Zwei. Hochkommen. Finale. Letztes Mal. Acht. Sieben. Enden Popo. Drei. Zwei. Hoch. Kreuz heben. Single. Acht. Sieben. Ganz immer fertig. Komm. Geh mit. Geh mit. Vier. Ich glaube an dich. Du schaffst es. Letzter. Letzter. Und ab. Wuh. So. Scheibchen oder Hanteln. Gut. Okay. Kniebeuge weit. Eine nach rechts. Eine nach links. Wir starten. Hopp. 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 Mach die mal ganz genussvoll. Du denkst dran, dass du gerade bleibst. Ja. Vorspitzen sind immer offen. Tief. Hoch. So. Ab jetzt. Schade. Nur noch acht. Sieben. Sechs. Sechs. Voilà, die Walfe. Jetzt fängt es an mit Spaß machen. Schade nur noch vier. Yes. Zwei noch. Komm mit, komm mit. Letzter. Setze ab. Jumping Jack. Wuh. Komm, mach dich locker. Mach dich weich. Löffne deine Finger. Und bleib hier stark und fest. Öffne weiter. Komm, komm aus der Komfortzone. Ladies and Gentlemen. Es ist deine Zeit. Okay, die allerletzte. Acht. Sieben. Sechs. Dann kommt der nächste Block. Juchu. Alle da? Ja. Juhu. So. Hol die Hantel. Okay, wir nehmen sie. Schulterbreit. Umsetzen. Stoßen. Setze. Nach hinten ab. Ausfallstritte. So. Okay, wir gehen nach hinten. Stell das Bein auf. Fers ist oben zweispurig aufgestellt. Wir gehen langsam tief. Kopf. Auch. Tief. Geh mal so nach unten, dass dein Knie fast auf den Boden kommt. Greife eng. Die Hantel. Festmachen. Ja. Wie geht's dir? Ja. Ja. Juhu. So. Eine Runde schnell. Achtmal. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Du machst es. Ja. Ich bin stolz auf dich. Seite wechseln. Ferse oben. Zweispurig aufgebaut. Festmachen. Einziehen. Greife eng. Schultern zurück. Achtung. Langsam. Komm. I like it. Hopp, hopp. Wie geht's dir? Du darfst Schimpfwörter benutzen. Vier langsam. Drei. Bist du fest? Zwei. Letzter. Achtung. Doppeltempo. Schnelle. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ich weiß, du kriegst es hin. Ja. Letzter. Letzter. Und wir lösen. Schwung nach oben. Absetzen. Hantel holen. So. Rezept. Ja. Wir gehen auf Dekolleté. Ab hier. Schieb mal über Kopf. Gut. So. Schulter senken. Ellenbogen eng. Geh nach hinten. Beug die Arme langsam. Tief. Hoch. Tief. Guck mal. Knie sind minimal gebeugt. Ganze Fußsohle belasten. Halte dein Pipi fest. Bauchnabel ist innen. Bauchnabel ist innen. Fünf. Vier. Zeig mir deine Ohrläppchen. Heißt, lass die Schulter unten. Popelige zwei langsam. Letzter langsam. Achtung. Die schnellen. Acht Stück. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Dann haben wir den ersten Teil schon wieder abgehackt. Zwei noch. Letzter. Hammergut. Und wir setzen ab. So. Hol die Hantel. Umsetzen. Stoßen. Umsetzen. Stoßen. Nach hinten weg. So. Wir starten nach hinten. Dieses Mal. Rechte Seite. Okay. Gut gebeugt. Fers ist oben. Stehst du zweispurig. Wichtig. Okay. Achtung. Starte langsam. Hopp. Ah. Ja. Mein Mikrofonkabel. Verstehst du mich noch? Okay. Vier. Geh den ganzen Weg. Komm mit. Komm mit. Zwei noch. Letzter. Wir gehen in die schnellen. Jetzt. Acht. Sieben. Sechs. Bleib gut gebeugt. Schenk dir noch die vier. Drei. Zwei. Und wir wechseln die Seite. So. Wenn es dir gut tut. Schüttel kurz. Zweispurig aufgebaut. Ferse oben. Leicht gebeugt im Knie. Mach dich gerade. Achtung. Langsam. Komm. Hopp. Fünf. Schade nur noch vier. Geh den ganzen Weg. Ganze Weg. Weil du es willst. Weil du es kannst. Sieben. Sechs. Fünf. Auf geht's. Community. Drei. Zwei. Und wir lösen. Schwung nach oben. Setze ab. Und holen. Die Handeln. Drizep. Zweiter Durchgang. So. Schulter senken. Achtung. Wieder langsam jetzt. Zeig mir deine Ohrläppchen. Lass die Ellenbogen eng. Beuge deine Knie. Und auch hier wieder. Beckenboden fest. Heißt. Pipi halten. Zwei langsam. Einen langsam. Achtung. Die schnellen acht. Und acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Halte durch, mein Freund. Letzter. Hammergurt. Und wieder langsam ab. So. Gib mir den Jogging. Locker dich aus. Hier wieder eine Minute. Okay. Stoße über Kopf. Hopp. Zieh die Ellenbogen eng nach hinten. Wuhu. Hopp. Hopp. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ferse bis an Po. Vier. Drei. Fahr wieder runter. Wir lockern. So. Letzter Block. Jetzt brauchst du noch die Matte. Okay. Als erstes die Hantel. Umsetzen. Stoßen. Kniebeuge. Eng. Alles klar. Heißt. Hüftbreit. Ja. So. Minimal. Nach außen öffnen. So. Wir gehen wieder langsam. Tief hoch. Und tief. Ganze Fußsohle belasten. Tief. Fünf. Bleib in diesem Tempo. Vier. Drei. Genieße deine Bewegung. Zwei. So. Eine halbe Höhe. Acht kleine schnell. Acht. Stopp. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Ganz nach oben. Hantel geht mit. So. Wir gehen auf die Matte. Mit Scheibchen. Setz dich hin. Stell deine Fersen auf. So. Nimm mal die Hantel an die Schulter. Runde Wirbelsäule. Wir gehen nach hinten tief. Nach vorne hoch. Schieb über Kopf. Tief. Schieb. Lass die Ellenbogen eng. Ja. Siehst du mich? Warte. Ich muss kurz die Wampe verstecken. So. Jetzt kann ich mich drehen. Ach so. Mikrofon. Tief. Hoch. Tief. Hopp. Tief. Hopp. Ja. Leg dich nur bis zur BH-Linie ab. Fünf. Du musst lächeln. Vier. Wie geht's dir? Komm. Schenk dir noch zwei. Zwei. Der letzte. Acht. Schnelle. Community. Ab jetzt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib oben. Jetzt. Absetzen. So. Komm. Wir gehen hoch. Kniebeuge. Hantel holen. So. Wir setzen nach hinten ab. Hüftbreit. Belaste. Die ganze Fußsohle. Okay. Schiegt den Po leicht nach hinten. Achtung. Wir gehen langsam tief. Komm. Hopp. 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 Du und ich. Deine Challenge. Vier langsam. Drei. Ja. Ich glaube an dich. Zwei. Letzter. Achtung. Schnelle halbe. Acht. Stopp. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ganz nach oben. Hopp. Absetzen. Woo. So. Bauch. Hanteln. So. Enge Arme. Wir gehen langsam tief. Über den Kopf. Stoßen. Tief. Ha. Atme ein. Atme aus. Arme eng. Ihr macht weiter. Kameramann. Wie viele Minuten haben wir noch? Vier langsam. Komm. Drei. Jetzt bist du dran. Zwei. Komm, komm, komm. Yeah. Okay, Achtung. Schnell. Hopp. 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 Noch vier. Drei. Zwei. Und langsam auflösen. So. Wie schaut's aus? Machen wir noch einen Block? Okay, komm, wir gehen hoch. Dann wollen wir mal. Wir machen noch was. Zurücken. Oben. Ja. Hantel weit nehmen. Und wir gehen über Kopf. Okay. Ja. Schaffen wir. Schaffen wir. Nur langsame zwölf. In den Nacken. Komm. Elf. Einatmen. Einatmen. Aus. Ein. Aus. Neun. Acht. Doppelkinn. Sieben. Sechs. Juhu. Juhu. Drei. Zwei. Schade. Schon der letzte. Und ab. Juhu. Hammer. Okay. Wir gehen noch mal auf die Matte. Ich drehe mich. So. Eine Hantel nimmst du bitte mit. Seitstütz. So. Guck mal. Das obere Bein nach vorne. Das untere ist hinten. Nimm die Hantel nach oben. So. Hol dich in die Plank. Tief. Und hoch. Tief. Hopp. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Ein. Achtmal. Sieben. Sechs. Wo bist du? Komm. Fünf. Jetzt brauche ich dich. Wie viel noch? Gib alles. Du bist bei zwei. Schade schon letzter. Und ab. So. Wir gehen nach oben. Zweite Runde. Greife weit. So. Wir gehen über Kopf. Starte. Komm. Nochmal. Tief. Insgesamt noch zehn. Neun. Doppelkinn. Lass den Bauchnabel innen. Acht. Sieben. Ja. Ja. Wenn du das Gefühl hast. Hohlkreuz. Mach bitte Ausfallschritt. Vier. Drei. Drei. Zwei. Und der allerletzte. Und ab. Wuh. So. Seitenlage. Die andere Seite. Okay. So. Oberes Bein ist vorne. Das untere hinten. Aus der Schulter. Und wir schieben die Hüfte hoch. Arm zur Decke. Okay. Alle da. Ohne mal tief Luft. Wir drehen uns. Jetzt. Öffnen. Und komm. Dreh. Dreh. Hopp. Hopp. Atme aus. Atme ein. Die acht. Sieben. Wichtig ist. Wenn du dich zur Matte drehst. Ja. Zieh mal hier. Ganz fest ein. Jetzt. Komm. Vier noch. Dein Zimmer durch. Drei. Zwei. Schade. Schon wieder letzter. Und ab. Wir haben es geschafft. Dickes Lob an dich. So. Komm. Nimm mal die Beine nach vorne. Und häng dich mal über die Beine. Jetzt warst du echt fleißig. Super. Ja. Ganz, ganz toll. Okay. Halte hier mal fest. Deine Zehenspitzen. Und schieb mal so lang wie möglich nach vorne. Bleib hier unten. Und dehne deine Rückseite. Beine. Gesäß. Rücken. Wir kommen wieder langsam zurück. Nimm die Beine über die Seite. Komm auf die Knie. Stell mal deine Füße auf. Halte dich an den Fersen. Und schiebe jetzt Hüftebecken nach vorne raus. Blick zur Decke. Wenn du sagst, es ist mir zu viel. Hände auf Po. Und schieb hier nach vorne. Ist okay. Ja. Du entscheidest. Okay. Auch hier wieder zurück. Wir setzen einen Fuß auf. Und gehen vollkunftfreundlich wieder nach oben. So. Atme mal durch die Nase ein. Über den Mund aus. Noch mal. Atme ein. Atme aus. Der letzte. Öffne ganz weit. Und schließe. So. Zieh dich mal nach oben. Und locker. Letzter. Letzter. Und wir lockern. So. Du und ich. Das war super. Schön, dass du dabei warst. Und jetzt ganz liebe Grüße zu dir. Bis hoffentlich bald. Liebe Grüße aus dem Sportpark in Freiburg. Ich bin die Nadine. Bis zum nächsten Mal. Ciao.